Die Konkurrenz. Wer wird in der Kür besser sein? Die Hals oder Max-Ulrich Busch und Renate Hilkert. Mit ihrem Thema Lilli Marleen. Die beiden kriechen das Thema hinein wie Bienen in einen Blütenpälsch und holen alles heraus. Lilli Marleen. Lilli Marleen. Gotta rein your suit. Gotta rein your tie. Gotta rein your twinkle in my eye. Do you know the reason why I gotta rein your shirt? Do you know the reason why I gotta rein your tie and rein your suit? Do you know the reason why I gotta rein your tie and rein your suit? Do you know the reason why I gotta rein your tie and rein your tie? Do you know the reason why I gotta rein your tie and rein your tie and drink, 例えば in the middle of Rico? Untertitelung des ZDF, 2020 Schon rief der Posten, sie blasen, zapf und streich Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm' ja gleich Da sagte mir, auf Wiedersehen, wie gerne möchte ich mit dir gehen Wie einst, Lillie Marley Buschilgert mit der konsequenten, harmonischen, tänzerischen Umsetzung der Geschichte von der Soldatenbraut Lifts sind in der Kür am Anfang und am Ende erlaubt Applaus 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 Applaus